Hallo, ich bin Claudio Kammerpich, mein Alter ist 13 Jahre alt, ich spiele Innenverteidiger beim FC Freiburg. Mein bisheriger Verein war FC Sechser und mein persönliches Ziel ist halt mit Fußball weit zu kommen und mein Ziel mit der Mannschaft ist halt diese Runde nicht abzusteigen und heute zu gewinnen.